Vater, Tochter, Königshaus. Tochter geht zum Spielen raus. Hampelt rum mit einem Ball. Spielzeug ist aus Schwermetall. Plötzlich Mädchen Fehler macht. Spielzeug rollt in einen Schacht. Hilfsaktion verläuft amphibisch. Helfer denkt, die Tussi lieb ich. Will sie küssen. Mädel flucht. Zuflucht in der Wohnung sucht. Lurchi pocht auf den Kontrakt. Lurchi will Oralkontakt. Panik, Ekel, Schamesröte. Hau bloß ab, du geile Kröte. Knallt das Vieh mit satter Power. Schwungvoll an die nächste Mauer. Sensation kommt in die Handlung. Mutation spricht Großverwandlung. Kröti wird zum Edelmann. Heiratet das Mädel dann. Und die Moral von der Geschichte? Verdrisch mir keine Kröte nicht.